www.biochilisauce.de Grüß dich! Ich versuch's nicht. Wie schwarf ist denn das? Biochilisauce. Biochilisauce. Es brennt sogar am Finger. Ja, Schatz! Ja! Regan Müllberger, Lukas Böselberger, Ember, größten Lift. Wie passen da eigentlich rein? Steht nix, gell? Drei Personen. Das geht so nicht aus. Also, wie war's gestern? Also, ja, für mich... Am Anfang, zack, Windkante, Anschlag. Nicht vorne gewesen. Danach, muss ich sagen, war's ein ziemlich relaxter Tag. Aber... Ja, auch unverhektisch. Heute ist ein neuer Tag. Schaut gut aus. Vielleicht schaffen wir's heute in die Gruppe und... Vielleicht geht sich was Gutes aus. Schön ist's wieder! Ja... Für mich war gestern der Tag des Leidens. Aber... Auch logisch, irgendwo am Tag davor hab ich's nachgefahren, aber gut. Jo... Schau mal, was's heute bringt. Weder passt schon mal. Ciao, ciao!